Hallo Leute, heute versuche ich euch die Frage zu beantworten, ob Ledger Hardware Wallets noch sicher sind. Ja, aktuell gibt es sehr viele Meinungen und Mythen rund um das Thema, ob das Ledger Hardware Wallet eigentlich noch sicher ist. Viele nutzen das auch zu ihrem Vorteil aus, um gerade jetzt besonders viel Promo für ihren Hersteller des Hardware Wallets zum Beispiel zu machen oder weil sie eben Ledger noch nie gemocht haben. Populär ist gerade auch sogenanntes Ledger Bashing, wo die Leute einfach nur versuchen, das Unternehmen bzw. die Produkte schlecht zu machen. Ich habe mich da jetzt einige Stunden reingearbeitet, das hat mich wirklich extrem viel Zeit gekostet, dieses Video heute für euch vorzubereiten. Aber das war es mir auf jeden Fall wert, um euch heute eine neutrale Darstellung zu dem Thema liefern zu können. Ja, aber klären wir doch zunächst erstmal die Frage, wo findet das Ganze jetzt seinen Ursprung? Ledger hat einen neuen Dienst angekündigt, der sich Ledger Recover nennt und dort könnt ihr einfach gesagt eure 24 Wörter, die ihr ja erstellt habt, als ihr den Ledger eingerichtet habt, wieder herstellen. Auch wenn ihr sie eigentlich nicht mehr habt, dazu müsst ihr nur diesen Dienst abonnieren und ein entsprechendes KYC machen. Da zahlt ihr dann 10 Euro im Monat für und dann könnt ihr jederzeit eure 24 Wörter wieder herstellen und kommt so immer wieder an eure Vermögen dran. Ja, aber das Ganze bricht natürlich mit dem Versprechen, dass ja eigentlich niemand an die Wörter rankommt. Und wenn Ledger da jetzt irgendwie wieder rankommt, dann, ja, das verunsichert natürlich erstmal eine ganze Menge Leute, wie kann das möglich sein, wenn sie eigentlich gesagt haben, das kann niemals passieren, weil diese 24 Wörter niemals diesen Sicherheitschip letztlich verlassen können. Wir steigen aber noch ein bisschen tiefer in die ganze Thematik ein. Wir schauen uns dazu hier mal die FAQs von Ledger zu dem Thema Recover an und da schauen wir uns zwei ganz bestimmte Fragen an, die ich besonders interessant fand. Also Frage Nummer 1, wer hat denn Zugriff auf das Wallet, wenn man Ledger Recover nutzt? Und dort ist das Ganze nochmal ein bisschen beschrieben. Es gibt den Pre-Bip 32 und der wird im Prinzip an drei unterschiedliche Unternehmen gesendet. Das ist CoinCover, Ledger selbst und an einen weiteren Backup-Service-Provider, der hier nicht nochmal namentlich genannt ist. Aber im Prinzip sind drei Unternehmen daran beteiligt und die bekommen eben so ein Pre-Bip 39. Einfach gesagt kann man damit eben auf diese 24 Wörter schließen und damit entspricht das den 24 Wörtern, die ihr ja eigentlich nur auf einem Stück Papier oder auf einer Metallplatte irgendwo hinter eurer Wand oder wo auch immer deponiert habt. Aber natürlich sollte das ja eigentlich gar nicht möglich sein. Ich habe es ja eben schon gesagt, aber hier ist das eben der Punkt, dass man sich selbst nicht unbedingt um die Verwahrung dieser 24 Wörter kümmern muss, sondern auf einen Service eben zurückgreifen kann. Und diese 24 Wörter werden nicht einfach so an diese drei Provider versendet, also an diese drei Anbieter, sondern die werden noch auf eurem Gerät verschlüsselt. Und was ich auch noch interessant finde in dem Zusammenhang, nur dass ich es schon mal gehört habe, ihr müsst es selbst auf dem Ledger bestätigen, damit das Ganze überhaupt funktionieren kann. Also ihr müsst ja einen Knopf drücken am Ledger selbst, damit das überhaupt funktionieren kann. Was da noch wichtig ist zu wissen, keiner dieser drei Firmen bekommt komplett sozusagen die 24 Wörter, sondern die bekommen nur Fragmente davon. Leute, die meinen Kanal verfolgen, wissen, dass das sehr ähnlich mit zum Beispiel StoreJ funktioniert. Da bekommt ja auch nicht jede Node die einzelne Datei planen auf ihren Rechner, sondern das wird vorher in Fragmente aufgeteilt. Sie beschreiben das auch so und vorher wird es noch verschlüsselt und dann wird es eben an diese Unternehmen verteilt. Und man braucht nur zwei von drei Unternehmen, um das Ganze eben wieder zurückspielen zu können. Das Ganze erinnert ja an so ein Multi-Signature-Wallet, also die Funktionsweise im Prinzip. So, scrollen wir noch mal ein bisschen weiter runter. Hier stehen noch ganz viele andere Fragen, die fand ich aber weniger interessant. Hier ist aber noch eine interessante. Was wäre, wenn jetzt jemand Zugriff auf mein Wallet bekommen würde, wenn er Ledger Recover benutzt? Zum Beispiel, ich erkläre euch kurz den Fall. Mal angenommen, jemand hätte meine Identität geklaut, hätte irgendwie meinen Personalausweis bekommen, sehr ähnlich aus wie ich und könnte dann mit diesem Service zum Beispiel meinen Wallet wiederherstellen. Würde dann dementsprechend Zugriff auf meine Kryptowährung erhalten, weil das Ganze geht ja dann im Prinzip, indem man sich selbst wieder ausweist und sagt, jo, ich bin ich, ich will mal meine 24 Wörter zurückhaben. Dann kriegt man das Ganze ja wieder eingespielt. Aber was ich an dem Part interessant finde, ist, dass es hier eine Kompensation im Wert von 50.000 Dollar gibt über CoinCover, also über die Firma, die vorher genannt worden ist. Bringt euch natürlich nicht so viel, wenn ihr mehr als 50.000 drauf habt. Aber nur, dass ich es schon mal gehört habe, weil ich glaube, das habe ich bisher, bevor ich es hier gelesen habe, noch in keinem Video, in keinem Beitrag überhaupt gehört, dass es hier eine, ja, eine Art Versicherung gibt, falls jemand euren Pass fälschen sollte oder ähnliches, die vielleicht auch einen Fehler gemacht haben und das einfach freigegeben haben, obwohl sie es nicht hätten freigeben dürfen. Ja, ich hoffe, jetzt habt ihr erst mal grundsätzlich verstanden, was eben dieser Ledger Recovery Service ist. Ja, ihr sichert eure 24 Wörter, könnt die bei Bedarf wiederherstellen, müsst euch nicht selbst um die Verwahrung kümmern, dafür bezahlt ihr Geld. Ihr müsst es aktiv an eurem Ledger auch bestätigen. Also es reicht nicht nur, das Abo abzuschließen. Und wenn ihr die 24 Wörter wiederhaben wollt, müsst ihr das Ganze mit eurem Ausweis dann in so einer Videocall-Session, Prinzip wie wenn ihr ein Bankkonto eröffnen würdet, müsst ihr euch dort ausweisen. Ja, und wenn es da zu einem Fehler kommt, gibt es eben diese 50.000 Kompensation. Soweit zu dem Service an sich. Aber wir müssen uns noch was anderes anschauen, nämlich das Versprechen von Ledger. Ja, das Versprechen von Ledger, so wie es hier auch im Prinzip geschrieben wird, Ledger Devices benutzen ebenso ein Secure Element. Das ist dieser kleine Security Chip, der dafür sorgen soll, dass die Private Keys niemals im Prinzip das Gerät verlassen. These will not leave your device. Hier steht es schwarz auf weiß. Also das Secure Element sorgt dafür, dass niemals Private Keys von eurem Ledger in irgendeiner Form runtergezogen werden können. Und damit bricht jetzt der Hersteller. Ich wollte euch nochmal die Aussage zeigen und die nicht nur im Video generell erwähnen, weil erwähnt ist das immer schnell. Man muss es ja auch irgendwo nachweisen können. Wir sind hier auf der Seite von Ledger, also ihr könnt sehen, dass Ledger das selbst geschrieben hat. Und bestimmt steht es nicht nur auf dieser Seite, aber auf dieser Seite habe ich es eben gefunden. Soviel zu der Erklärung des Secure Elements. Darauf werde ich jetzt noch ein bisschen länger drauf rumreiten, weil ich habe das auch gedacht, dass es so wäre und dass das Secure Element eben genau das macht, wie es Ledger immer verkauft hat. Habe mich damit nicht weiter beschäftigt, weil auch niemals jemand gesagt hat, dass es nicht so wäre. Und dann habe ich mich mal in das Thema eingelesen, weil ich eben wissen wollte, was macht denn Secure Element und wie kann das sein, dass dort eins verbaut ist und es trotzdem funktioniert, dass eben diese Private Keys das Wallet verlassen können. Ja, dazu habe ich mir hier was auf der Kaspersky Seite angeschaut. Das steht auch auf vielen weiteren Seiten, aber hier ist es eigentlich ganz gut beschrieben. Besonders interessant ist eben dieser Part hier. Natürlich sorgt dieses Secure Element für einen verstärkten Schutz. Auf dem Secure Element kann nichts installiert werden. Also im Prinzip kann man den nicht updaten, wenn der einmal produziert ist und einmal so ist, dann ist er eben so. Zweitens nur Trusted Applications, also vertrauenswürdige Programme können auf diesen Chip zugreifen, haben aber dann entweder und oder Schreibe- und Lesezugriff auf den Chip und das ist das, was gerade jetzt besonders relevant ist. Also es ist natürlich so, dass zwar an der Chip-Firmware nichts mehr geändert werden kann, aber Trusted Programme, also im Prinzip die Ledger-Firmware, kann auf diesen Secure-Chip durchaus was draufschreiben und kann auch was von dem Security-Chip lesen. Und wenn wir uns das gleich mal ein bisschen später anschauen, dann macht das Ganze natürlich auch Sinn. Das Ganze muss Lese- und Schreibzugriff haben, sonst würde es nicht funktionieren. Aber dieser Absatz zeigt eben, dass die Firmware grundsätzlich eben an diese Keys rankommt und Ledger sagt jetzt sogar, diese Keys könnten sogar das Gerät verlassen, wo sie hier eben gesagt haben, das wird nicht passieren und das ginge gar nicht hier mit einem Secure-Element, was ja schlichtweg dann überhaupt gar nicht stimmt. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze ein bisschen auf Twitter an. Da habe ich einen richtig spannenden Beitrag vom CTO von Ledger gelesen. Das ist diese Person, dessen Name ich nicht aussprechen kann. Charles kriege ich vielleicht noch hin, aber den Nachnamen nicht. Und da gucken wir uns auch ein paar weitere Parts zu dem Thema an, damit ihr das Ganze einfach ein bisschen besser verstehen könnt. Dazu schauen wir uns jetzt erstmal die Tweets 15 bis 19 an und da stehen wirklich schon super interessante Sachen mit bei. Hier steht, das OS hat vollen Zugriff auf die privaten Schlüssel. Also die Firmware kann komplett auf die privaten Schlüssel zugreifen. Das ist ja das, was ich eben mehr oder weniger schon angedeutet habe. Hier schreibt er es nochmal explizit rein. Dazu ist es so, dass diese einzelnen Apps, die ihr auf dem Ledger installiert, zum Beispiel die Bitcoin oder die Ethereum App, dass die nur diese privaten Schlüssel abrufen können, die für die jeweilige App bestimmt sind. Fand ich auch interessant, war eine neue News für mich oder generell etwas Neues. Soweit sind die schon voneinander abgekapselt, dass keine von diesen Apps generell irgendwie die kompletten 24 Wörter sehen können, sondern nur auf die privaten Schlüssel zugreifen können, die sie entsprechend brauchen. Weil, jetzt geht es ja weiter, sie müssen ja Nachrichten bzw. Transaktionen signieren können, damit ihr überhaupt irgendwas verschicken könnt. Und so macht das Ganze wieder Sinn. Warum haben diese Apps eigentlich Zugriff auf das Secure Element und damit auf die privaten Schlüssel? Naja, wenn sie es nicht hätten, dann könnten wir vielleicht uns die Public Keys anzeigen lassen, aber wir könnten ja niemals irgendwas von dem Ledger runterüberweisen und zum Beispiel eben vom Ledger irgendwas auf eine Börse schicken. Das würde sonst gar nicht gehen. Und deswegen macht so rum das Ganze dann wieder Sinn. Denn der Secure Chip gibt durchaus private Schlüssel frei und mit dem Ledger Recover Service sogar die 24 Wörter. Hier in Tweet Nummer 16 hat er das Ganze nochmal ein bisschen genauer erklärt. Jedes Mal, wenn der private Schlüssel berührt werden muss, ja, dann kommt ja die Aufforderung vom Gerät selbst. Möchtest du das erlauben? Möchtest du die Transaktion rausschicken? Möchtest du hier Bitcoin so und so viel an die und die Adresse schicken? Dann kommt diese Aufforderung. Dafür braucht er den Zugriff auf den privaten Schlüssel und wir müssen das mit einem Klick, ja, mit einem physischen Klick auf dem Gerät selbst sozusagen autorisieren. Und hier sagt der Tweet Nummer 18, genau so ist es dann eben auch bei Ledger Recover. Ohne, dass ihr diesen Klick macht, bekommt er gar keinen Zugriff auf diese 24 Wörter. Hier ist es auch eben genauso, wie wenn ihr zum Beispiel Staking nutzen wollt oder mit Smart Contracts interagiert oder ähnliches. Dann gibt es auch eben immer wieder diesen Zugriff und den müsst ihr selbst autorisieren. Genauso ist es bei Ledger. Damit will er das Ganze ein bisschen, ja, kleiner reden, was ihr eigentlich Ledger Recover im Prinzip auf eurem Ledger tun kann. So, dazu sagt er dann den Tweet 19, den finde ich dann fast noch interessanter. Wenn man ein Hardware-Wallet eines Herstellers nutzt, dann muss man dem Anbieter natürlich vertrauen. Ansonsten, ja, kann man es im Prinzip gleich lassen, weil anders funktioniert es gar nicht. Im nächsten Tweet sagt er nochmal, dass es viele Wege gäbe, eine Backdoor grundsätzlich einzubauen. Und er nennt hier ein paar Angriffsvektoren, die man da nehmen könnte. Aber ich glaube, der Kernpunkt ist, man muss natürlich Ledger vertrauen und daran hat sich im Prinzip auch gar nichts geändert, weil vorher wurden die privaten Schlüssel durchaus schon freigegeben, sonst könnte man ihn gar nicht benutzen. Und das ist jetzt im Prinzip nur eine zusätzliche Funktion, die man optional per Klick eben nutzen kann oder auch nicht. Für alle Leute, die jetzt sagen, dass Open Source das Problem lösen könnte, hat er im Prinzip auch ein Tweet geschrieben, weil er sagt, Open Source kann das Ganze nicht lösen, weil man nie weiß, ob die Elektronik selbst eine Backdoor hat an irgendeiner Stelle beziehungsweise man diese Firmware oder man gar nicht feststellen könnte, dass die Firmware, die auf dem Gerät ist, die ist, die man jetzt Open Source zum Beispiel auf GitHub durchgeforstet hat. Da muss ich ein Stück weit widersprechen. Ich will das Ganze ja auch ein Stück weit bewerten. Es gibt schon Möglichkeiten zu prüfen, ob die Firmware, die jetzt auf dem Gerät ist, der entspricht, die man eben zum Beispiel auf GitHub sieht und die man selbst komplett überprüfen kann, wenn man überhaupt davon Ahnung hat. Im Prinzip 99,9% müssen sich eher auf andere Leute verlassen, die das hoffentlich gut genug geprüft haben oder auf irgendwelche Firmen, die das geprüft haben, wie auch immer. Ich glaube, die meisten von euch sind programmiertechnisch nicht auf dem Niveau, dass sie das irgendwie nachvollziehen könnten, wo da eine Backdoor im Source-Code sein könnte, egal von welchem Hersteller wir hier reden. Ich nehme mich da jetzt auch überhaupt nicht aus. Ich könnte es auch überhaupt nicht bewerten. Das ist nun mal einfach so. Aber grundsätzlich kann man feststellen, ob die Software, die man da oder diesen Source-Code, den man auf GitHub sieht, dem entspricht, was man auf dem Gerät installiert hat. Da gibt es ja so einen Identifikationsmechanismus, den man nutzen kann und dann schaut man, ob die Hashes gleich sind. Deswegen muss ich da ein Stück weit zumindest widersprechen. Aber natürlich ist es so, dass nicht alles Open Source ist. Also auch wenn man die Firmware komplett Open Source macht, man hat ja Chips, die man zukauft, man hat Displays zum Beispiel. Und das meiste, damit das funktioniert, hat das ja eine Firmware und die ist zu 99,9% Closed Source. Das kommt halt von der Fabrik, die das liefert und die gibt einem im Prinzip nur die Möglichkeit, dass man es mit seiner Hardware zum Laufen kriegen kann. Aber die geben einem ja nicht den kompletten Source-Code für das Display zum Beispiel oder für die einzelnen Chips. Also da weiß man gar nicht, könnte das vielleicht irgendwie ein ganz harmloser Chip eigentlich sein, der vielleicht eine Backdoor öffnet. Und dann macht er das Ganze hier, also treibt das Spiel hier ein bisschen weiter. Da müsste man ja hingehen und Elektronik lernen, Computer lernen, eigene Compiler schreiben und so weiter, damit man sicher sein kann, dass wirklich das komplette System zu 100% sicher ist. Ja, also ihr merkt schon, so ganz Unrecht hat er nicht. Und vieles davon, ja, da kann man zumindest teilweise zustimmen, was er sagt. Also man kann es zumindest mal nachvollziehen. Ich glaube auch totale Sicherheit bekommt man grundsätzlich nicht. Was ich euch aber auch noch zeigen wollte, Ledger selbst hat eine Bug-Bounty Hall of Fame, wo sie im Prinzip die Leute zeigen, die Bugs gemeldet haben und sich haben dafür bezahlen lassen und ja, große Sachen im Prinzip oder auch kleinere Sachen, Fehler im System entdeckt haben. Und das hat eigentlich fast jeder große Hersteller für Wallets, aber auch natürlich viele, viele andere große Firmen haben sowas. Wenn man irgendwo einen Bug findet, kann man den direkt an die Firma melden, wird dafür bezahlt, dann wird der Bug geschlossen und fertig. Ja, also den liegt schon sehr, sehr viel natürlich an der Sicherheit, weil das, was die Firma im Prinzip verkauft, ist ja nicht nur dieses Stück Hardware. Das wäre auch den Preis überhaupt nicht wert. Wenn man sich die Elektronik anschaut, ist das Ding wahrscheinlich eher 5 Dollar wert und keine 60 oder 70 oder 80 Dollar, sondern was die verkaufen, ist ja die Sicherheit. Und da müssen sie ja besonders gut aufpassen, dass sie dieses Verkaufsargument Sicherheit nicht verlieren. Deswegen ist es das aller, aller Wichtigste in solch einer Firma. Und deswegen ist solch eine Sache, die so einen Imageschaden verursacht, natürlich extrem giftig für diese Firma. Also was ich auch damit sagen will, ist die 100%igste Sicherheit bekommt man nirgendwo im Prinzip. Also wenn ich jetzt mal beim Bitcoin-Wallet bleiben will, wenn ich das sicher erstellen will für mich, die privaten Schlüssel, dann müsste ich wahrscheinlich irgendein Open-Source-Ding von GitHub nehmen, was mir private Schlüssel erstellt, müsste dann diese Software eben zum Beispiel per Micro-SD-Karte auf den Rechner kriegen, der noch nie am Internet war, müsste im Prinzip dort dann diesen Schlüssel erstellen und ihn mir dann am besten auf Papier aufschreiben und dann die komplette Hardware verbrennen. Weil es könnte ja sein, dass sobald ich das Ding, ob ich es jetzt zurücksetze, komplett formatiere oder peng, aber es könnte ja sein, wenn ich das Ding ans Internet anschließe, dass er dann meinen privaten Schlüssel an irgendeinen externen Server überträgt oder ähnliches. Dementsprechend müsste ich dann im Prinzip alles verbrennen, inklusive Micro-SD-Karte und dem Rechner. Und dann hätte ich vielleicht, ja, schon eine ziemlich hohe Sicherheit, ja. Aber irgendwo muss man trotzdem immer jemandem vertrauen, gerade wenn man auf solche Sicherheitshardware setzt. Da kann ich erstmal nicht widersprechen. Wir gehen jetzt aber nochmal auf den Punkt Nummer 27 beziehungsweise Tweet Nummer 27. Da hat er nochmal gesagt, your private keys never leave the Hardware Wallet, also die privaten Schlüssel verlassen nicht das Hardware Wallet. Und immer wenn sie genutzt werden, dann ist deine Einverständnis, wird dann abgefragt. Aber dem kann ich nicht zustimmen, weil genau das ist es ja nicht. Also auch wenn er das vielleicht anders definiert, als ich jetzt oder auch als ihr wahrscheinlich da draußen, er sagt, ja, nee, das verlässt ja nie das Hardware Wallet, weil es wird ja vorher in Teile geteilt und dann wird es ja auch noch verschlüsselt und dann wird es ja übertragen. Aber für mich ist damit das hier nicht mehr erfüllt, dieser Part. Und ich glaube für ganz viele von euch da draußen eben auch nicht mehr. Also natürlich stellt dieser neue Service ein Sicherheitsrisiko dar, weswegen ich ihn auf jeden Fall auch nicht nutzen werde. Ja, jetzt sind nach wie vor noch zwei Fragen offen. Was hätte denn Ledger eigentlich besser machen können? Und darauf habe ich drei klare Antworten eigentlich, beziehungsweise drei Punkte. Naja, erstmal, ich glaube, das hat man auch schon mal irgendwo gelesen, aber man hätte ja auch einfach eine eigene Produktlinie dafür machen können, wo man sagt, dort ist das in der Firmware implementiert und sonst auf keinem der Geräte. Das hätte für die meisten gefühlt auf jeden Fall mehr Sicherheit bedeutet und das hätte schon gereicht, um so ein großes Desaster für ein neues Produkt auf jeden Fall zu vermeiden. Man hätte auch unbedingt offener kommunizieren müssen, was diesen Sicherheitschip angeht. Wie gesagt, bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe, dachte ich, ja irgendwie wird das schon funktionieren, aber der private Schlüssel wird niemals irgendwie davon geladen. Aber klar, wenn man sich das jetzt mal so anschaut, wie soll das Ding sonst funktionieren, wenn es nicht geht? Und dementsprechend hätte ich mir da auch einfach ein bisschen eine offenere Kommunikation dazu gewünscht, beziehungsweise das ein bisschen besser zu erklären. Ja, und als letzten Punkt, für mich gehört die komplette Firmware und nicht nur die Wallets Open Source, einfach schon, um mehr Sicherheitsgefühl beim Kunden zu erhalten. Also auch wenn die vielleicht Angst haben, dass dann jemand ihren Code klaut und für sich nutzt, aber das macht das Ganze vertrauenswürdiger für den Kunden. Das sieht man auch bei den anderen Herstellern, die punkten jetzt im Moment, die die das eben tun. Ganz egal, ob die jetzt damit sicherer sind oder weniger sicherer. Ich meine, es gibt Vor- und Nachteile von Open Source und Closed Source, aber ich glaube, die meisten fühlen sich damit etwas sicherer und das schafft auch ein gewisses Vertrauen dann. Und jetzt die ganz entscheidende Frage, sind Ledger-Hardware-Wallets jetzt eigentlich noch sicher? Ja, und die Frage kann ich nur so beantworten, die sind entweder genauso sicher oder genauso unsicher wie vorher, weil letzten Endes können wir überhaupt gar nicht wissen, ob die Funktion eigentlich schon implementiert ist, schon seit langem vielleicht auf unseren Geräten schlummert und wir wissen es gar nicht, weil das Ganze eben Closed Source ist. Ja, und die zentrale Frage, die man sich eben stellen muss, vertraut man dem Unternehmen oder nicht, weil dieser Security-Chip, der konnte das eigentlich schon immer. Ja, natürlich auf das Gerät selbst kommt nur von Ledger freigegebene Software. Da hilft auch dieser Security-Chip, damit er nur das eben zulässt und dann muss man dem eben vertrauen, dass diese Software, die da drauf kommt, sicher ist. Ja, weil man selbst kann es überhaupt gar nicht bei Ledger nachvollziehen, selbst wenn man Ahnung vom Programmieren hätte oder von solch komplizierter Programmierung, könnte man es an der Stelle nicht nachvollziehen. Dementsprechend ist die Sicherheit weder jetzt besonders gefährdet oder eben besonders sicher, weil wir es gar nicht wissen können. Was wir aber nachvollziehen können ist, dass es in der Vergangenheit schon den ein oder anderen Bug gab, sonst gäbe es auch nicht diese Hall of Fame, wo ein paar Leute gelistet werden, die eben Sicherheitslücken gefunden haben, auch ohne, dass sie den Source-Code eben haben. Aber soweit ich mich erinnern kann, war da nie so der Riesen-Bug drin, sodass es irgendwie zu einem Desaster oder Ähnlichem gekommen ist. Deswegen schätze ich All-in-All Ledger noch als ziemlich sicheres Hardware-Wallet ein. Wenn wir jetzt auch sagen, wir vertrauen den Aussagen von Ledger, dann ist es ja so, dass diese neue Firmware sowieso nur für den Ledger Nano X aktuell zur Verfügung steht. Das heißt, alle, die eine Nano S oder den neuen Nano S Plus haben, sind davon sowieso erstmal gar nicht betroffen, weil dafür noch gar keine Firmware ansteht, die das Ganze umsetzen kann. Wenn das Ganze jetzt aber auch gewissenhaft programmiert ist, mit dass man wirklich physisch diesen Knopf drücken muss, damit das Ganze überhaupt freigegeben werden kann, dann ist es maximal ein bisschen unsicherer geworden, eben weil das Ganze natürlich einen zusätzlichen Angriffsvektor schafft. Aber grundsätzlich war es ja vorher im Prinzip schon möglich, die privaten Schlüssel aus dem Secure-Element rauszubekommen und damit euren Ledger leerzuräumen. Aber da das bisher auch nicht passiert ist, schätze ich das Ganze weiterhin als ziemlich sicher ein. Und falls Sie dort Bockmist in der neuen Firmware bauen, ja, dann ist die Firma sowieso ziemlich dahin. Aber diese Möglichkeit gibt es mit jedem Update, egal ob das für die Wallets ist, weil auch die könnten ja eine Sicherheitslücke haben. Dann zum Beispiel, wenn eine Sicherheitslücke in den Bitcoin-Wallet ist, dann könnten eure Private Keys von Bitcoin weg sein. Zwar nicht eure 24 Wörter, aber wenn ihr den Großteil eben in Bitcoin habt, ja, dann ist trotzdem euer halber Ledger leer oder vielleicht sogar noch mehr. Dementsprechend gibt es eigentlich viele Dinge, die das Ganze potenziell unsicher machen könnten, wenn da irgendwo Mist gebaut wird. Und ich glaube, deswegen werden die schon ziemlich genau hinschauen, dass auch das neue Feature sehr sicher zumindest implementiert ist in die Firmware, sodass das höchstwahrscheinlich nicht passieren wird. Und ja, ein Großteil davon wahrscheinlich übertrieben ist von dem, was gerade so, ja, in YouTube und auch generell in den Medien gemacht wird. Ja, was ist jetzt mein Fazit zu dem Thema? Ich werde mein Ledger nicht deswegen in Rente schicken, verbrennen, mit einem Hammer kaputt machen, was auch immer, was man da nicht schon alles gesehen hat. Natürlich, also ich werde es weiter nutzen, aber natürlich ist das Ganze ein großes Marketing-Desaster, muss man schon so sagen, für die Firma. Und ich glaube, sie hat auch einen sehr, sehr großen Imageschaden dadurch erlitten. Das hätte man ja einfach ein bisschen besser vorbereiten können. Vielleicht haben die da nur in ihrer Welt gedacht und gesagt, ja, eigentlich war das doch schon immer möglich so, wenn wir da irgendwo Mist in der Firmware gebaut hätten. Aber haben wir ja nicht. Also warum denken die Leute das jetzt so? Weil ich glaube, die können das nicht so ganz nachvollziehen, weil es auch in der Vergangenheit nicht so gut erklärt worden ist, nach außen hin. Und sie das vielleicht nicht so sehen, wie ich das jetzt gerade in dem Video euch mitteile. Ja, also die Sache mit dem Secure-Chip und so, dass sie da so die Mega-Sicherheit verkauft haben, immer, dass das Versprechen war. Das haben sie vielleicht gar nicht so gesehen. Und deswegen haben sie es einfach rausgebracht, sich nicht viel weit oder nicht viel dabei gedacht. Und dementsprechend sind sie jetzt so ein bisschen mit der Reaktion überfordert und sagen, ist doch alles gar nicht so schlimm. Wir werden das schon sicher machen. Und die, die es nicht nutzen wollen, drücken halt nicht auf den Knopf und abonnieren das nicht. Und wo ist das Problem? So, ich glaube, das ist ihre Denkweise. Ich und ihr seht es sehr viel anders. Aber das habe ich ja schon versucht, im Video ein bisschen darzustellen. Vielleicht sieht das ja auch einer der Verantwortlichen von Ledger und kann das jetzt ein bisschen besser nachvollziehen, warum wir so denken. Und gegebenenfalls sollte man noch einfach dieses Update für die vorhandene Hardware einfach zurückziehen beziehungsweise für die restlichen Geräte nicht veröffentlichen. Und damit ist zwar der Image-Schaden nicht ganz wiederhergestellt, aber zumindest ist es so, dass die meisten Leute sich wahrscheinlich gefühlt einfach sicherer fühlen. Am Ende haben vor allem die ganzen anderen Hardware-Wallet-Hersteller davon extrem profitiert. Und natürlich die Leute, die extrem aggressiv die anderen Hardware-Wallets jetzt bewerben konnten und wahrscheinlich auch gut verkaufen konnten, die haben bestimmt einen sehr, sehr guten Umsatz an der Stelle gemacht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es deswegen vielleicht ein bisschen weiter noch nach oben gepusht worden ist, weil einige da vielleicht ein bisschen auch ihre Chance gesehen haben, jetzt den Umsatz ihres Lebens an der Stelle zu machen. Die Funktion an sich, also dass ich Ledger Recover nutze, kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Also das wollte ich jetzt hier auch noch mal an der Stelle so klar sagen. Und ich habe auch noch eine abschließende Frage an euch. Natürlich, wie seht ihr die ganze Geschichte dazu? Wie steht ihr jetzt noch zu Ledger? Wie seht ihr das vielleicht nach meinem Video? Hat euch das jetzt ein bisschen geholfen, euch eine Meinung zu bilden zu dem Thema? Schreibt mir das dann gern mal in die Kommentare. Ansonsten lasst mir super gerne auch wieder einen Daumen nach oben für das Video da. Das hat mich wirklich super, super viel Arbeit gekostet, das alles für euch aufzuarbeiten, zu recherchieren. Hat mir aber auch viel Spaß gemacht. Ja, falls ihr mir das danken wollt, dann könnt ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben für das Video da lassen. Ein Abonnement, sofern ihr noch nicht mein Abonnent seid, drückt dazu auch unbedingt auf die Glocke. Ihr könnt auch gerne das super Thanks verwenden, was es hier auf YouTube gibt. Und ansonsten freue ich mich auch über jeden Kommentar und denkt wie immer auch an die Jumpcoin-Aktion. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen zum Wallet-Vergleich wieder. Ja, dann schauen wir uns mal die Alternativen an. Ich werde aber nochmal explizit auf dieses Video hinweisen. Aber falls ihr jetzt natürlich trotzdem sagt, ich kann es natürlich trotzdem verstehen, wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt kein Ledger mehr haben, für all die werde ich dann morgen nochmal ein Video machen, wo wir uns die Alternativen anschauen. Aber soviel schon mal dazu. Für mich ist es keine Alternative, also keine wirkliche Alternative. Aber für die, die unbedingt weg wollen, schaltet morgen auf jeden Fall ein. Bis dahin, schönen Samstag. Macht's gut, bis 18 Uhr morgen. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020